Gut, sie ist eine Meister-Poson Q6 im Zaubern, dementsprechend würfelt sie auf die 16 16 16, sie muss zwei Punkte da und einen Punkt da ausgeben. Kann natürlich aber sich auch Zeit lassen und dementsprechend wird sie 15 Punkte für den Guardianum überbehalten und dann auch die, dafür lässt sie sich besonders viel Zeit, der Guardianum wird sie da vorher, oh Gott, sie wird vorher ein Pentagramm aufmalen, beziehungsweise ein paar, ähm, ein Kreis mit verschiedenen Symbolen darauf und dann nach und nach, äh, hineintreten, weitere, äh, Glyphen hinzufügen und euch dann hineinwinken. Verwischt den Kreis nicht. Ich trete vorsichtig über die Linien. Ich würde auch, wie auch meine Schulter berühren und, äh, also nicht festhalten, sondern muss berühren. Ansonsten macht einen großen Schritt ins Inerve. Ja, ich so, ja, Ansonsten bleibt da stehen, äh, einen Moment. Ja, ich fasse einmal, äh, die Magistra, ähm, ich weiß nicht, irgendwie so am Oberschenkel an, einmal Ansonsten am rechten oder linken, ja, Unterschenkel und, ähm, stelle dann quasi die Verbindung her. Ich würde der Sudamin, äh, galant vor den Arm reichen. Mhm, Sudamin nimmt das lächelnd an und, äh, schaut, ob Raphim kommt. Ja, ich möchte gerne meine Hand auf Abel, mir das Kopf legen. Sehr schön. Äh, sollte mein Kopf explodieren, dann. War das, ähm, waren das sehr schöne Monate mit euch. Ach, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Seid nicht zu negativ. Ja, ihr habt länger durchgehalten, als ich gewettet habe. Ja, ihr habt sogar... Na, die Wetter. Ja, ihr habt sogar die Blutspiele überstanden, na. Da werdet ihr doch jetzt nicht einknicken, nur, weil wir einmal eine kurze magische Reise unternehmen. Wenn euch schwindelig wird, schaut auf eure Füße. Ja, und, äh, wenn ihr euch übergeben müsst, übergebt euch. Das ist dem Limbus. Ja, das ist dem Limbus nicht so schlimm. Ja, in Ordnung. Dann, von mir aus können wir. Und, äh, euer, ähm, euer, äh, Dina nicht mit? Wolltet ihr den mitnehmen, Diamante? TK, der Kala, der hat sich schon wieder an meiner Kajute-Karte verkrochen. Nein, den wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, wenn was gegen Dämonen geht. Ah, ich verstehe. Schließlich immer noch ein Junge. Nun, dann denke ich, können wir loslegen. Okay, möchte jemand einen Schicksalspunkt für ihre Probe ausgeben, denn 1819 ist noch nicht so gut. Dass wir uns darauf jetzt verständigt haben, Angst, Mann hat keinen Schicksalspunkt, ja? Nein. Gut. Äh, ich hab keinen. Noch Jalan, da kommt ihr doch nicht mit. Jalan hat auch keinen. Und selbst wenn, würde ihn für dich dreckigen Magier nicht ausgeben. Und ich glaube, ich brauche meinen noch. Alles gut, der Bein. Gut, Rafim, der Schicksalspunkt für alles oder nur eine Sache? Ja, das ist ja richtig scheiße. Komm, alles, ne? Das ist ja einfach nochmal neu würfeln. Deswegen fragte ich. Das ist besser. Gut. Dann taucht ihr ein in den Limbos. Ein W6, bitte. Von einem oder von einem? Von einem, bitte. Graue Schleier, die euch halt greifen. 5 minus 3, alles klar. Dann bitte 2 W20. Und ihr steht im mysteriösen, kalten Nichtraum, der Ort, der für Sterbliche verboten ist. Das Tor. In dem Nichtraum öffnet sich unzählige Möglichkeiten und zahllose Gefahren, die sich euch ergießen. 24 Ihr rast mit einer gewaltigen Geschwindigkeit, die keine ist, vorbei, in eine Richtung, die ihr nicht kennt. Und plötzlich könnt ihr sehen, wie eine kleine Schmuckschatulle an euch vorbeitreibt. Kenne ich diese? Nein. Okay. Es ist ein großer Rabe drauf. Diamantis öffnet noch den Mund, um was zu sagen, kurz bevor sie verschwinden. Und so fällt seine Zigarre aus. Und das Letzte, was von ihnen da bleibt, ist die glühende Zigarre, die über das Deck rollt. Ich bin neugierig. Ich würde gerne einen Odem auf die Schmuckschatulle wirken. Tatsächlich nur auf die Schmuckschatulle, dass ich nicht im Teclador-Effekt anheimfalle. Weil ja hier alles magisch ist und das Boldax auch durchaus bewusst ist. Minus 7. Alles klar. Ich würde sie gerne fangen, aber zwischen meiner Waffe und meinen Kameraden habe ich keine Hände frei. Sie ist nicht magisch. Denk dran, da kostet dich nur ein ASP maximal. Also sie treibt auf euch zu, während ihr durch den Limbus rast und würde auch kurz mit dem Guardianum kollidieren. Du könntest natürlich deine Hand ausstrecken und sie greifen oder du lässt sie einfach nur an euch vorbeitragen. Ja, dann schnapp ich sie mir. Okay. Du schnappst zu, ist eine kleine beschlagene Schmuckschatulle. Ungefähr so groß wie deine Hand, würdest du meinen? Oder eher so groß wie die Hand von Yalan. Und packst sie erst mal unter deinen Umhang. Ein weiterer 2W20 bitte. Mach ich das mal. Ach 10. Oh, ich habe es gerade gelesen. Ja, während ihr weiter in Richtung der Stadt Eders treibt, 30, 40 Meilen, irgendwie sowas, könnt ihr noch erkennen, wie ihr die Seele von einem Toten, von einer Toten erkennt, die an euch vorbei über das Nirgendmeer treibt. Und auf einen ersten Blick könnt ihr sie erkennen, eure alte Navigatorin, die auf der Suche ist in die richtigen Hallen. Ein Schwaden, ein Windstoß, aber das ist unverkennbar die Seele von euren alten Navigatorin, die ertrunken ist. Ich würde auf sie deuten, natürlich nichts sagen, und die anderen aufmerksam machen. Ist das nicht Aviander? Sie flüstert Falkenflug. Können wir sie verstehen? Ich dachte, im Limbus gibt es keine Tore. Ja, genau, im Limbus gibt es nämlich keine Geräusche, also deshalb habe ich auch nichts gesagt, sondern einfach nur auf sie gedeutet. Ja, das ist eher, also ihr habt Abel mir das Mund gesehen, aber seine Stimme war eher in eurem Kopf und auch dieses Falkenflug war gehaucht in eurem Kopf. Ah, okay. Es gibt keine Luft. Damit kann ich mich anfreunden. Ja, dann sende ich Aviander, ähm, hallo Aviander, es freut mich, euch noch einmal zu sehen. Ich hoffe, ihr findet bald. Hilf mir. Natürlich. Ähm, wenn ich ihr irgendwie helfen kann, dann würde ich das an dieser Stelle tun, aber mir fällt tatsächlich... Also, sie streckt ihre Hand verzweifelt nach dir aus. Ähm. Ja, wir sind aber im Guardianum, das heißt, sie kann hier sowieso nicht rein. Genau, du müsstest rausgreifen. Das kann auch nicht, denn sein Arm ist vermutlich kürzer als drei Meter. Ja. Achso, aber er geht ja nicht auf ihn, stimmt ja. Ähm, helft ihr. Ich, ähm, würde... ...den anderen, ähm... ...das vorschlagen. Warte, wie? Wir müssen ihr helfen. Also, wie schlägst du das vor? Mit, äh, Geisteskraft offensichtlich, weil wir offensichtlich uns mental unterhalten. Wie viel Zeit habt ihr nicht mehr schon schwiegend raus? Okay, weil dann drückt, dann drückt Anson dir nämlich seine Axt in die, in die Hände und stürzt sich auf die Frau. Das heißt, du wirst den Guardianum verlassen? Äh, ja. Das waren sehr... Also, ich denke, bei ihm kommt halt nur an, dass Bortax... ...irgendetwas mit, äh, mit dem Geistwesen hat, der für Anson... ...der kennt die Navigatorin ja nicht. Initiativa. ...wurde ich nur als Frau liest. Initiativa. Von Bortax von Anson, noch von allen anderen. Juhu. Juhu. Also, dir wird, äh... Das heißt, ihr könnt erkennen, mit der Initiative von 13, ähm, drückt, ähm, Bortax, äh, seine, äh, Axt in die Hand und würde sich dann gerne abstoßen. Alle anderen können vorziehen. Ist sie nicht aus Eisen? Ist sie aus Eisen? Ja. Ist sie aus Eisen. Mit, mit schönem Sponsoring vom, vom Karten, äh, mal beschlagen. Ja, ich zieh ihn natürlich vor, Freunde. Ja, ich möchte den Typen zusammenbrüllen. Halt dich, verdammte Scheiße, ein Neutragsfest, lass die Frau in Ruhe. Ja, das kann ich natürlich nicht hören, aber mach mal, mach vielleicht mal überzeugen, ob der Sinn rüberkommt. Ja, finde ich gut. Ich glaube nicht, dass es erschwert ist. Neun Punkte, äh, neun sind, denke ich, genug. Also, du verstehst ihn nicht? Ja, aber du siehst, du siehst, du siehst die Wut in seinen Augen. Ja, schon aufgeregt zu sein über das, was ich gerade tue. Also, nehme ich die Axt wieder, Tätschel und Bortax, etwas entschuldigend auf den Hinterkopf. Helft mir. Und zuck mir den Schultern. Sie fängt an zu weinen. Ja, ich konzentriere mich weiter auf, äh, meinen Kurga-Mitglied und nenne ich mir zu. Kann ich eine Magiekundeprobe machen, um abzuschätzen, welchen Effekt ein Geisterbann hier hätte? Äh, Limbus-Magie, plus 18. Ja gut, okay. Also, werde ich... Hängt das nicht eher an dem Geisterbann? Weiß ich nicht. Ja, aber im Limbus... Genau, also im Limbus ein Geisterbann. Der Geisterbann schickt den Geist aber nicht in den Limbus. Nein, das ist richtig. Deswegen hat das eigentlich mit dem... Kann ich was würfeln, um zu wissen, ob es plausibel ist, dass Avianda hier ist? Götter und Kulte? Also, wie gesagt, ich probiere jetzt einfach die erschwerte Magiekundeprobe. Ist unwahrscheinlich, dass ich die schaffe, aber man weiß ja nie. Ja, das... Ja, also du kennst dich natürlich mit deinem Geisterbann aus, aber nicht im Limbus. Fehlbohren, Spitalisierung? Ja. Urtugamitische Kulte über Ungul-Schach? Wow. Dann aber auch Tairach. Nee, nee. Tairach würde ich natürlich zählen lassen, aber Ungul-Schach... Also, nee. Hat auch so geklappt. Ja. Höchstwahrscheinlich ist Avianda Sehne direkt in die Niederhöllen. Und nicht im Limbus. Das macht es schlimmer. Du siehst, wie es das schlimmer macht, ja? Ja, also wie gesagt, schwebt und treibt dann nicht vorbei. Sie fängt an zu weinen. Sie kannte den Nachnamen. Und viel Zeit habt ihr nicht mehr. Drei... Achtet nicht auf sie. Zwei... Eins... Unwiegend, keine Ahnung. Mitbekommen hier immer. Ihr ploppt auf der Straße auf und fallt ein kleines Stück. Euch ist schlecht. Euch schwindelt. Ihr bekommt alle ein W20... Ich muss gerade mal schauen, ne? Ein W20, Ausdauerschaden. Äh, 20 minus ZD4 Stern. Genau. Der wird aber durch den Guardianum hier abgepuffert. Ja, trotzdem ein W20. Minus 15. Habe ich erstmal an dem W20. Kann ja sein, dass jemand die 20... 15. Alles, was nicht 16 oder höher ist, ist egal. Genau, nur kriegt er für einen Preis. Sehr gut. Dann bekommt Zulamin drei... Drei... SPA. Also zwei SP. Und Abelmir bekommt... Ein SP. Ihr schlagt hart auf der Straße auf. Euch ist schlecht. Der Sumpf neben euch blobbert. Die Vögel schwirren. Genauso wie die Insekten. Und zwei, drei Schmetterlinge, die vor euch auf- und abkreisen. Dann bricht der Guardianum vor euch zusammen. Und euch wird klar, ihr habt da wie an der Faltenflug schon wieder im Stich gelassen. Haha, König! Ja, da hast du aber gut auf mich gehört. Können wir das nochmal machen? Ja, wir machen das nochmal. Aber, ähm... Gleich. Wir müssen jetzt erstmal die Dämonen verprügeln. Ja, haha. Und jetzt... Ich bin wie du, bin wie du, werde ich auch König, sagt er zu Raphim. Ja. Du musst dir... Raphim rappelt sich keuchend vom Boden auf. So geht's dir gut. Brauchst du eine heilhelfende Hand? Deine Hand nehme ich immer gerne. Ähm... Nein, ich... Es ist nicht so schlimm. Das... Das war sie nicht. Das kann nichts sein. Ich... Ich weiß nicht. Entweder Avis hat sie errettet und sie müsste längst in seinem Paradies sein oder sie müsste längst in den Niederhüllen sein. Aber auf keinen Fall im Limbus. Ich... Ich glaube, es war gut, dass wir nicht aus der Kuppel hinaus sind. Hm. Oder, Abelmir? Ich denke auch nicht, dass sie das war. Eine... Ein Dämon vielleicht, der sich näher getarnt hat. Schaut einmal, was ich aus dem Limbus gewischt habe. Und ich zeige die Kiste und die kleine Schatulle und würde sie dann auch ganz gerne mal öffnen. Wollte nicht. Volltag! Es ist nicht magisch. Keine Sorge. Alles gut. Ist da das Messer drin? Nein. Nein, es ist doch nicht meine. Dreht erst alle zwei Stunden zurück. Ich meine, dass das... Ich meine, dass das... Ich meine, dass das Insel rund weggesperrt hat. Ja, bitte lass uns... Das ist ein Volksmesser. Nein, du kannst es öffnen. Du siehst wohl einige Papiere darin. Allesamt irgendwie gesiegelt. Rabenmund, 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 Rabenmund. Tapatien. Wir treffen Wildermark. Es erscheinen sich, irgendwelche Dokumente zu handeln. Ähm, ich behalte die besser mal. Das ist ja noch Papier. Wie langweilig. Ja, ja. Hat dir schon jemand gesagt, dass man nicht alles anfassen sollte, was man im Leben muss oder sonst betrifft? Ich habe es auf magische Eigenschaften untersucht. Es war nicht magisch. Das heißt, man konnte es gefahrlos bergen. Ich bin doch kein Jalan. Ich bitte dich. Und woher weißt du, dass ich... Ach, vergesse ich. Hast du vielleicht noch irgendwo... Was tut das denn, Mimbus? ...meine Zigarre aufgefangen? Ich habe die wohl irgendwo verloren. Obwohl, in diesem schwarzen Raum... So, so behendet bin ich leider nicht. Eure Geister sind sehr unruhig. Ich hoffe, dass ihr euch beim nächsten Mal etwas zusammenreißen könnt. Ich muss mich jetzt wirklich ausruhen. Na gut, na gut. Ich werde jetzt ans Wund komm mit. Ich werde jetzt einen Geist rufen, der deine Waffe besser macht. Das hat er besprochen. Wie lange glaubt ihr, dass ihr brauchen werdet für diese beiden Dämonen? Das Sagittarium. Zwei Stunden. Um den Geist zu rufen. Nun, wenn wir uns danach auch noch umsehen wollen, dann könnte das schon eine Weile dauern. Aber wir können euch holen, wenn die Gefahr gebannt ist. Seht ihr da drüben das kleine Farbenhaus? Ich werde mich dort reinlegen und meditieren. Das tat mich gerade wirklich weh. Natürlich. Nachlich im Blutleere. Und jetzt schon fertig. Tja. Was darf ich auf Magistra? Werde ich machen. Viel Erfolg. Und damit geht sie in Richtung des kleinen Farmhauses. Öffnet einmal quietschend die Tür. Verschwindet in dem Inneren und macht die Tür wieder zu. Können ich, wer hältst du es nur aus mit solchen Leuten? Naja, du kennst mich ja. Ich bin sehr geduldig. Also ich muss sagen, Isarun hat sich nicht beschwert, als sie mich teleportiert hat. Naja, aber Isarun ist ja auch schon was ein anderes Kaliber. Hier ist immer ein Hofmager. Warum macht Schock-Sul das nicht? Naja, wenn ich das machen würde, dann würden wir zwar auch ankommen, aber wir hätten alle unsere Waffen nicht dabei aus Eisen oder so. Hm. Naja gut. Du willst doch die Waffe haben. Ja, schwingt die auch fröhlich von links nach rechts. Siehst du, siehst du. Also. Ja, und dann würde ich mich daran machen, einen elementaren Diener des Erzes zu rufen, der dann die Waffe von unserem guten Answun verzaubern soll. Dazu einmal der elementare Diener. Und zwar würde ich mir den, ich würde mir Zeit lassen und fünfmal Kosten einsparen. Und ich würde die zehnfache Menge benutzen. Ich habe ja extra genug Erz mitgenommen. Für einen kleinen elementaren Diener reicht das auch. Und ansonsten dann für die Beherrschungsprobe eben noch ein kleines Geschenk anbieten, wieder einen kleinen Edelstein. Nein, aber ich mache jetzt erst mal den normalen Wurf. Gibt es noch irgendwelche Modifikationen aus dem Ort oder der Zeit? Zeit aus der Sternkundeprobe, Ort nein. Okay, alles klar. Dann mache ich schnell erst mal eine Sternkundeprobe, dem vorausgehend. Kriegt er da eine Erleichterung, weil das so eine gute Position ist, um die Sterne zu beobachten? Nee, es geht ja eher um die Zeit. Ja. Also die Idee. Ich würde keine Erleichterung geben. Okay, alles gut. Aber die Zeit wird ja renten dann bestimmt. Die hängen von der gelungenen Sternkundeprobe aus. Das ist sicher, ja. Aber es geht jetzt nur darum, gibt es eine Erschwernis oder eine Erleichterung. Gut. Dann schauen wir uns mal den... Fünfmal Kostenhaltung? Oder was das ist? Ja, genau. Ist ja relativ einfach für mich aus meiner Profession. Weil du Geoder bist. Genau, es ist eine Erschwernis um fünf und dann, ja. Mit den anderen. Denkst du das, Mann. Ja, natürlich. Eigentlich brauchst du gar nicht proben. Wow, was? Ich habe zwei, neun und sechs gewürfelt. Ja, ja. Ich habe auch eher die Würfel kommentiert, nicht die Sternchen. Ja, und dann würde ich mir halt... Ich meine, ich werde sowieso nur mit einer 20 den jetzigen Wurf verkacken. Das heißt, die übrig gebliebenen ZFP-Stern lege ich dann rein, dass, ich weiß nicht, der Dienst mächtiger wird oder er mehr ASP ausgibt oder so. Das ist ja eigentlich vollkommen wumper. Es geht ja jetzt nur darum, den... Und du hast Metalle vorm Schiff genommen, ne? Genau. Was war das? Eisen? Eisen, Nägel, sowas. Dann formt sich aus Eisen eine kleine Figur, die ein bisschen größer wird und der Kristall, den du ihm oder ihr geopfert hast, wird als Kopf eingearbeitet. Der dann so zerspringt, dass du kleine Augen erkennen kannst und dann springt der Kristall ein weiteres Mal und kannst du was wie einen kleinen Mund erkennen. Ich bin Rayona, hochgerätige Feldherrin des Kristalls. Wie kann ich den? Rayona, hochgerätige Feldherrin des Kristalls. Ich bin Boltax. Ich möchte dich bitten, mir einen Gefallen zu tun. Siehst du diesen großen Mann und seine Waffe? Er möchte einen Dämon damit erschlagen. Kannst du die Waffe kraftvoll machen, sodass sie einen Dämon bezwingen kann? Ein Dämon? Ja, Kontrollprobe. Ja. Ist mir erleichtert, weil es dem Elementar im Grunde wesensnah ist. Ja, also ich kann sie nur mit einer 20 verkacken. Ja, der Befehl ist auf alle Fälle nah, vor allem auch mit der Begründung Dämon. Und ja, was tut sie dann? Sie lädt die Waffe magisch auf? Also ich hatte mir überlegt, dass sie eine Adamantium-Erzstruktur auf die Waffe macht. In der Variante Zauberstahl. Ja, okay. Ich wollte nur wissen, was du damit so vorhast. Das ist natürlich dann ein Wunsch, der ihrem Element entspricht. Und du kannst sehen, wie sie wieder, also der Kristall, ihr Kopf zerbröckelt, die Nägel fallen wieder zu Boden und die zerbrochenen Kristallstücke von dir schweben dann langsam und gemächlich um die Axt herum von dem Treuzacker anzuholen. Sodass sie sich als feiner Kristallstaub um die Waffe herumlegen. Ich bräuchte hier eine ZFP-Stern. Hast du Angst für Magie oder so? Habe ich nicht. Außerdem ist er mein Schochsoll. Ich habe keinen entsprechenden Nachteil. Gut. Die ZFP-Stern werden wieder mit dem W20 bestimmt? Oder wie ist das? Eigentlich ja. Ich finde das dumm, aber ja. Ja, da kommen aber auch noch die ZFP, die ja also da über hatte, also die Voltax über hatte, die konnte ja da reinstecken. Sagen wir es, sagen wir es, sagen wir, wir sind glatte 10. Was haben die da für einen Talentwert? Die Wirkungsdauer, ähm, die haben 12. Nein, die haben dann nehmen wir 12, Punkt. Elementare Biene werchen ihren Zauber nur auf maximal 7. Ja, dann haben die den auf 7, Punkt. Da kriegst du sieben Sternchen. Okay. Ohne zu würfeln. Also aus Voltax Probe kommen da nicht nochmal welche drauf? Aus der elementaren Biene, wo ich ihn stärker machen wollte. Also das, das, das hatte ich ja. Ja, hatte ich ja gesagt. Ja, dann komm, dann machen wir 12. Okay. Okay, dann 12 durch 3 ist 4. Okay, dann kriege ich 4 TP. Oh Junge, Alter, ich will diese Waffe sehen. Und Wirkungsdauer ist ZFP-Stern-Spielrunden. Darum ging es mir eigentlich eher. Also, also, okay, danach zerbrückt eine Stunde. Ähm, nein, aber sie wird halt de facto schwächer. Also sie kriegt, glaube ich, Strukturschaden. Genau, den Drittel. Aber das lässt sich wie, aber das lässt sich wie andere, wie andere Ademansium-Schäden natürlich reparieren. Genau. Also es ist ein erweiterte Verschleiß, aber sie ist ja bericht jetzt nicht sofort zu Staub. Ja, aber das ist dann die Rachsuchtprobe von Answohn, wenn es so weit ist. Ja. Ah, Beutex hat das gut begründet mit seinem Vater und so. Also das kriegt man gut. Ja, er kommt zurück. Answohn redet auch fröhlich mit seiner Angst. Ja, Papa, und so einen Hirsch habe ich bei den Hörnern gepackt, von Hand. Und das ist Rafim, das ist unser neuer König. Der ist sehr weise. Und irgendwann mache ich ihm die Knie ab und dann bin ich selber König. Ach, das musst du Answohn verzeihen. Er ist Answohn-Nist. Er sieht sich selbst als König. Ja, das ist König. Und nicht jeder bleibt immer stark. Das ist richtig. Wenn ich erst mal so groß bin wie du, König, dann bist du alt und grau und dann mache ich dich auch kaputt. So wie du den alten König. Und der war nicht so alt, aber war halt schlecht. Ja, Answohn ist ja auch erst 13. Das wird ziemlich groß, da er ein Trolling ist. Ein sogenannter. Das ist nicht buchstäblich Albtroll. Die nennen die, die trotz sogar nennen die nur so. Ja, so steht ihr vor Eders mit der Cherubsow-Straße vor euch. Die doppelflügelige Pforte ist verschlossen. Ihr könnt auf den Feldern zurzeit keine Feldsklaven mehr entdecken. Aus der Inneren könnt ihr allerdings einige Stimmen auf einem... Es ist kein Brabaki. Es ist wohl so ein Mohaha-Dialekt, würdet ihr meinen. Zumindest Rafim und Diamantes können das verstehen. Den ihr allerdings unglaublich schwer verstehen könnt. Wäre eine Probe plus sieben. Und hinter dem Sitz des Magiergrafen könnt ihr leicht erhöht auf einem kleinen Berg erkennen, wie dort das Observatorium der Neobara liegt. Ich kann mir einen Überblick verschaffen. Das Gebäude da sieht aus, als könnte ich dran hochklettern und von daraus auf die Palissade kommen. Ich kann schauen, wer da noch drin ist. Ja, also, was die da sprechen, ist aber sehr abenteuerlich. Also, ich verstehe da ein paar Wörter, aber das muss irgendwas Lokales sein. Und ich dachte schon, es liegt daran, dass ich erst ein paar Wörter kann. Aber ihr versteht sie auch nicht besonders gut? Nein, nein, gar nicht. Das könnte zu Problemen führen. Und wenn wir anklopfen, könnte außerdem die erste Person bereits der Kürzlinger sein. Können wir sie da nicht einfach alle oben hauen? Dann sind wir uns sicher. Nein, das können wir nicht. Lasst mich doch mal zum Tor vorgehen. Vielleicht kann ich sie ja überzeugen, uns durchzulassen. Ja, so trittst du heran. Tor ist, wie gesagt, verschlossen. Oben auf der Palissade wirst du keinen erkennen können. Du müsstest gegenklopfen. Ja, Raffim, haut mal kräftig vor das Tor. Ja, hallo, hallo. Ich brüll mal auf Moisch, so laut ich kann. Ja, anstatt dass irgendjemand oben auf den Toren erscheinen, kannst du sehen oder hören, wie ein Riegel beiseite geschoben wird und ein kleiner Spalt öffnet sich. Hier blickt dir eine Mohaha-Frau entgegen mit ihrer bronzenen Haut. Äh, hallo? Hallo. Badelf-Ortana. Inchiek, äh, Usum, Aistek? Raffim. Sie schüttelt mit dem Kopf. Zeige mal mit meinem Finger auf mich, Raffim. Ah, mh, sie nickt. Äh, Mer-Werhem. Sie zeigt mit dem Finger auf sich. Oh, Raffim winkt mal fröhlich. Ähm. Sie macht das Tor ein bisschen weiter auf. Raffim macht ein großes Geburt, zeigt mit seinem Finger so nach oben und versucht auf den Turm zu zeigen. Äh, böse. Sie nickt. Duk-Unek, Haschwag. Böse. Sie nickt wieder. Haschwag. Raffim. Böse. Kaputt. Hm? Ähm. Sie winkt mit dem Finger. Wessere hätteb. Äh, jakem.